Es gibt nur einen Weg in den Cinderbrick-Fort. Den Hardweg. Den Hardweg. Ist das denn hier irgendwas? Natürlich, die Stadtmarschalle sind weg. Aber jetzt ist der Fortschrall mit Windbags. Hauen, hauen! Oh, du warst um den Weg! Da nicht. Das war so ein Weg, den man nicht sehen konnte. Beziehungsweise wo man dachte, da ist ein Weg. Oh, da ist kein Weg! Oh, das ist ein Gegner. Es wird auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller. Wamm! Die Kinder sind bereit für die Windbags. Es ist Zeit. Aber ich muss sagen, wir wären auch besser. Durch die ganzen Übungsdinger lernen wir mehr. Sonst hätte ich gedacht, dass es mit dem Schild so geil ist zu blocken. Ja, komm schon! Ja, den haben wir. Die Kristalle sind verloren. Und hier gibt es auch nichts mehr. Kann ich die kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Hier mache ich nur mich kaputt. Gut. Gehen wir weiter hoch. Oh. Alter, die sind aber nicht leicht gewesen. So, wir machen uns erstmal ein bisschen Platz hier. So. So. Umschalten. Eine Blechmuskete. Boom! Oh. Weiterer. Das ist ja eigentlich recht nice. So eine Art Shotgun. Boom! Trifft auf jeden Fall viele Gegner auf einmal. Komm, wir haben doch einen Weg. Den habe ich doch gesehen. Yeah. Sehr geil. Okay, den kriegen wir jetzt. Nimm ihn! Oh, yes. Could have been minding the business underground, like in the old days. So. Nochmal. Yes. Da haben wir auf ihn. Waffenlager. Waffenlager. So. Waffenlager. Ich will die behalten. Ich will die behalten. Die ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht. Macht's mal nicht. Und hier, hier ein Kern. Oh, nö. Nicht wieder euer Ernst. Oh, nö. Oh, nö. Du kriegst eine Granate. So many of those sorry things hold up inside that old fort. Ich will die. Ich will die. Hier haben wir wieder... Ich nenn's mal Mana. Was auch immer das ist. Die letzte Bahn. Ich will die. 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 Oh, guck an, da hat unser Block ganz schön geholfen, gerade. So, da können wir die nämlich scheiß auf den Bogen. Bringt uns der Konter sehr viel weiter. Oh, ja, geil. Geil, das hilft uns ja auch gut gegen die Viecher. Zum Anwenden der Heimfahrtrucke-Crew. Nein! Eine Chance übrig. Oh, oh, oh. Oh, die können Viecher auch zerhauen. Warte mal, das ist hier so ein... Ja, Feuerding, leck mich. Leck mich, du Arsch. Ach, weißt du was? Granate! Kriegst du Granate! Oh, beide gleich. Ich glaube nicht, dass wir hier mit dem Schild... Okay, wir können zwar blocken, aber wahrscheinlich nicht zurückschmeißen. Doch, aber es bringt nichts. Okay. Südeli... So... Die Trappe den Kind in der Mitte der Forge Parade Grounds. Dann bringen sie Glutus und Glandin und alle ihre Schum-Bag-Uncles. Scheiße. Alter. Okay, eine haben wir. Tot. Okay, den müssen wir umhauen, schnell. Gehen wir mal durch hier. So. Alter, die Muskete ist aber gar nicht mal so schlecht gegen die hier. So, und den machen wir von hinten platt. Die Windbags haben endlich die Message bekommen. Oh ja, oh ja. Scherifstern. Einfach zu faul werden, das immer umzuhacken. Aber schießen. Ich muss sagen, dafür ist sie in mich richtig geil. Kann schön ballern, macht Schild 4 auf einmal kaputt. Oh, herrlich, herrlich. So, und wir finden hier ein Sheriffstern. Ein Andenken. Okay. Wir finden wieder kein Stein. Und jetzt gibt es nichts für niemanden, nach dem Cinderbrick Forte. Schade. Schade. Adi. Cardi. Besonders auf die. Kid shows up, just as Zulf is telling me about his own journey to the city. Jo. Journey. We walked the city. Es scheint die einzige Sache, die die Klamide für Zulf zu retten, war eine Pfeife. Der arme Kid fällt um nach einem Zug. Der Vergangenheit. Die einzige gute Sache, die aus dem Vergangenheit kommt, ist die Geschichte. Alles kaputt einfach hier. Jo. Kommt Gegner. Natürlich. Natürlich. Kriegst Granate ab. Bam. Oh, hier. Ja. 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 Oh, hier. Ich habe ihn. Ja. Ich habe ihn. Ja. 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 Das stimmt. Ja. Es ist fair zu sagen, dass er ein hartes Leben hat. Ich glaube, was er in seinem Leben sagt, ist kein Lied. Luftbrücke. Okay. Oh, oh. Okay. Erstmal die Flatsch. So. Zack. Zack. Okay, das ist so ein Challenge-Bereich. Haben wir... Haben wir die Mamas Haare, haben wir den Kind nicht geholfen, während er gegründet hat. Aber er hat gelernt, dass er seine eigene dort drüben ist. Okay. Okay, kommen wir den mal einfach ganz gemütlich zu brei. Yeah, yeah. Tote ist da. Dann kriegen wir die nächste. Das ist so... Okay. Die Konter war einfach mal tot. Das sind Leute, wie der Kind. Die Wälder haben Selandia sicher aus dem, was da ist. Die Elemente, die Urhe, du nimmst es. Ganz schön viele. Das sind nicht viele. Das sind nervige Gegner. Oh hier, haben wir geschafft. Oh, ist das ein großer. Werfen wir einfach mal eine Granate ab. Bom, noch einer. Oh, der hat nur noch. Oh, cool. Die Stadt hat nichts für ihn. Der Geld, die in der Stadt hergestellt hat, hat auch nicht woher gefunden. Wir nehmen wir mal unsere Mana-Regionation auf. Oh, ich hasse die Viecher. Okay, eine haben wir. Es ist wie so eine Art Challenge-Raum hier, ne? Gut, die haben wir auch. So, was will der Kind tun? Warum geht er wieder zurück nach den Wäldern für noch fünf Jahre? Okay, die sind scheiße. Die haben wir mal so ein bisschen platt. Schön aus der Entfernung. Aber weil ich den nicht mag. So. Okay, der entscheidet sich dafür. Wir haben den einfach mal zu brei. Yeah. So, den haben wir auch. Den hindern wir mal dran. Und den haben wir gekontert. Sehr geil. Okay, hier wird quasi die Geschichte von Kit auch erzählt. Okay. Wir halten es mal einfach durch. Oh, oh. So. Dann haben wir die Zerbrei. Wie gewohnt. Zack, zack, zack. Und da haben wir es. So. Ja. Das ist auch wie so ein Albtraum, ne? Oh. Oh. Heile. Wir haben nichts mehr so viel. Was ist denn eigentlich die Luftbrücke? Okay. Okay. Verstehe. Ja. Oh, oh. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Knapp, knapp, knapp. So, den Hörner auch. So. Ja, hauen, 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 es gibt's dir anderes zu sagen. Ähm, Granate, Granate! Noch eine Granate! Okay, die hat verfehlt, aber die hat getroffen. So. Yeeeah! Okay, da rät er uns zu einer Heilung. Scheiße. Ich wollte nur Granate schmeißen, aber wir haben keine mehr. Wir haben mal eine Heilung. Die kannst du auch nur so töten, ey. Man, das ist viel zu viel Schaden. Aber dann, all die hat, war mehr dankbarer Arbeit. Für einen Mann, der nicht überhaupt seinen Namen hat. Ja, das ist viel zu viel. Ja, das ist viel zu viel. So. So Okay geschafft Unde 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 ist hier keine Heilung mehr? Scheiße Oh nein Oh Ist einfach mal Oh 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 Ich würde sagen, dass ich ihn nie vergessen werde Oder was er macht Ja Was er macht Ich würde sicher Ja Drückbilder abgeschlossen Ja Alter, der hat uns ja ganz schön hier aufgefressen Hätten, indem du nach wer weiß wo gehst und Horn von Feiden überwindest Alles klar, da waren wir gerade Okay, da können wir also ein bisschen von den Dingern sammeln Mhm So ein bisschen Farben sozusagen Die Bastion Hi, Sheriff Stern Die Marshal sind gute Männer, sagt er Sie haben ihn mit Dignität Sheriff sind gute Männer, sagt er Behandeln sie mit Würde Na klar Rauchröhre Zulf brachte uns die antike Schmockpip all the way from the Terminals Ist klar Sagt der Sheriff Stern Ja 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 Moment Ah Wir haben einen gefunden Zulf Feinde nehmen Rache während der Pein der Niederlage Nehmen wir mal, wa? Nehmen wir mal, wa? Wir spielen für die Menschen Wir spielen für die Menschen Letzte Wahrnehmung Etwas grobes Ich glaub wir kaufen uns mal hier Oh, es braucht uns ein paar Fragments Und die Bastion macht es so gut wie neu Was scharfes Etwas schweres So Sehr geil Was sagt der jetzt hier? Der Kind nimmt noch einen Zugriff Und er geht nach wie ein Lager Und er geht nach wie ein Lager Um den verschiedenen Waffen ladungen zu üben Ah, okay Ja, scheiße Es ist etwas, was man über den Kind wissen sollte Aber lass mich von der Topf Okay Tut mir leid Wir müssen es nochmal machen Jetzt aber auch mit härteren Gegnern So Okay Das haben wir Bis jetzt eigentlich ganz gut überstanden So Okay Der Letzte Wow Okay, da haben wir jetzt 59 gekriegt Und hier noch einen Konter verwandeln Oh, da hat uns ganz schön runter gestoßen Okay Okay, den schaffen wir so Fair to say, he's led a hard life Supposing what he says in his sleep ain't no lie diese Ach dit Weißt, was explode� temps hat uns vor in den Socken gehauen Oh, 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 oh Wies, was explodeiert Das hat uns von den Socken gehauen Ach, hier, okay, alles klar, ich verstehe. Wenn wir die Viecher töten, guck mal, da sind so kleine Bomben, die da explodieren. Und da müssen wir jetzt also aufpassen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ach, weißt du was, kriegst du Granate ab? Bumm! Und dich machen wir einfach so mal platt. Wee! Wee! Nur 54, so, wir haben hier noch so ein Mana und so ein Heilungsding. Gut. Die haben wir auch gut geschafft. Wo ist er denn? Oh, er ist runtergefallen. Okay, nehmen wir mal die Heilungs... Okay. Haben wir regelbar. Okay, den regeln wir auch so. Oh nein. Ich hab, ich hab ne Medizin aufgenommen. Nicht Medizin, Mana-Ding. Na, scheiße, 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 scheiße. Okay. Die machen wir von hier aus. Ganz entspannt. Naja. So entspannt, wie es nur sein kann. So. Haben wir ein paar Probleme. Okay, wir haben ja ein bisschen was bekommen. Wir haben schon wieder so ein Ding aufgesammelt. Oh nein, schon wieder. Ich breite das noch. Oh. Oh. Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. Niemand hat ever volunteereded für eine Sekunde auf die Walls. Okay Kontert Und wer mit tot Den aber auch tot Und den auch Yes Okay Biss immer an da wären Zwei Dinger davon Okay In time the kid are in good standing with the marshals They trusted him to scat out farther than anybody Okay Oh 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 Falsche Richtung Okay die haben wir Und auch ihn hier So So Wo ist unsere Heilung 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 So So Scheiße Na komm Jetzt haben wir wieder nichts 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 He He Okay Dann machen wir es mal Ah Yes Heilung Oh 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 Yes Oh Bisschen konzentrieren ist das hier Das ist gar nicht mal so leichtes Spiel Also es hat zwar den augenschein Also es hat zwar den augenschein Oh 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 Und er ist noch da Gut Aber geschafft Okay Eine Heilung Nehmen wir mal gleich Wir finden aber keine Ach Ich dusche wieder So Okay Dann machen wir sonst eine sneaky Taktik Immer schön Immer schön aus der sicheren Entfernung Oh Boah Bomben Die haben sich gerade gegenseitig gesprengt Boah Ich vergesse das immer Aber dann Alles ich hatte war mehr danklöse Arbeit Von einem Mann, der noch nicht seinen Namen gefragt hat Wo Ich hab meine Waire Oh Nein Ja Ich hab meine Worte Ich hab meine Ich hab deine Worte Ich Das Ich hab meine Ich hab ihre Aber geschafft so Scheiße ich wollte ich wollte es gar nicht trinken Noch nicht auf jeden Fall Oh jetzt müssen wir uns hier Oh 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 Ah ich wurde da gefallen Wertvolle Energie verschwindet Okay Müssen wir uns ein bisschen durchrollen Nein 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 Komm schon Yes Yes Oh dieser Schleim Ich hasse ihn Wer Oh Ihr habt es geschafft Ihr habt es geschafft Trugbilder abgeschlossen Yummy Oh wir haben es raus geschafft Endlich ey Ja